Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wilhelm Tell, eine der wichtigsten literarischen, vielleicht auch historischen Freiheitsfiguren in unserer Geschichte, hat gegen die Habsburger den Schweizern die Freiheit geschenkt und Giorcino Rosseni hat ihm seine letzte große Oper gewidmet. Was für ein fantastisches Stück mit dieser großartigen Overtüre, die Rudi Leopold und die acht Cellisten in den Mittelpunkt eines Abends stellen, die die Celli in ihrer ganzen Klangpracht vorstellen und einige Revolutionsmusik zum Thema Apfelschuss und Armbrust zum Besten geben. Children's